Mein Name ist Ralf Steinhaiser, ich bin Leiter Abwicklung und Planung für den Bereich International. In wenigen Tagen ist es genau 16 Jahre her, dass ich bei Goldbeck Solar angefangen habe und damit habe ich von der 20-jährigen Geschichte einen Großteil miterlebt und mitgestalten dürfen. Als ich 2005 hier angefangen habe, waren wir genau 10 Mitarbeiter und die Solarbranche in Deutschland hat gerade begonnen Schwung aufzunehmen. Anfangs haben wir hauptsächlich Dachanlagen gebaut, kleine Anlagen mit 20-30 Kilowatt Peak. Das hat sich in den letzten Jahren aber dramatisch geändert und heute bauen wir große PV-Parks in Polen mit 290 Megawatt. Heute glaube ich, dass unsere beste Zeit noch vor uns liegt. Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen, haben neue Länder erschlossen und neue Produkte und Fähigkeiten entwickelt. Ich glaube, man kann sagen, wir sind in den letzten 20 Jahren wirklich erwachsen geworden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017